willkommen lieber vegan athlete schön dass du bei uns bist auf der vegan athletes seite mein name ist christian der mr broccoli und meine frage an dich ist es wie gut geht es dir heute ich hoffe doch hervorragend mir geht es sehr gut vielen dank dass du bei uns bist wir haben über viereinhalb jahre heute stand 2017 in dieses online magazin gesteckt und ich freue mich total dass du uns das vertrauen schenkst und unsere vision für diese menschheit und für diese welt unterstützt die vision ist eine grüne nachhaltige erde mit gesunden und fitten menschen und unsere mission ist um diese vision zu erreichen eine million menschen gesünder und fitter zu machen wir haben alleine auf diesem blog schon mehr weit mehr als eine million menschen erreicht das heißt aber natürlich nicht dass wenn ich eine million besucher habe ich dann auch mein ziel oder die mission schon erfüllt habe nein wir alle bei vegan athletes.com arbeiten jeden tag daran mit unserem blog mit unserem newsletter mit unserem podcast mit unseren social media kanälen und mit den vegan athletes lab dass du auf dein nächstes level kommst und darüber freuen wir uns natürlich wenn dir dieser beitrag oder wenn dir einer unserer beiträge gefallen hat dann schreibe mir persönlich an christian at vegan-athletes.com und sage mir dass du auf dein nächstes level gekommen bist und ich freue mich total mir ist noch eines ganz ganz wichtig zu sagen auch unser blog lebt nicht ganz von ganz alleine wir haben mittlerweile vier mitarbeiter die jeden tag an diesem blog und an den zugehörigen social media kanälen podcast labs etc arbeiten und die dürfen natürlich auch finanziert werden und dementsprechend arbeiten wir mit unternehmen zusammen die uns sag ich mal unsere tollen produkte vorstellen und wir oder beziehungsweise ich persönlich selektiere jedes unternehmen aus und nehmen nur produkt tests in unseren blog in unsere artikel mit auf die ich wirklich selber auch konsumiert habe von denen ich selber überzeugt bin und von denen ich die inhaber persönlich kennengelernt habe und du hast mein wort dass es auch mit einer hohen authentizität stattgefunden hat also das heißt ich wirklich nur diese produkte nehme der oder vorstelle die ich auch selber nehme deshalb findest du auch in den meisten sponsored artikel selber ein bild oder ein video von mir oder zumindest meine mitarbeiter haben das produkt getestet und für gut befunden und noch eine sache ist mir eine herzensangelegenheit dass wir wirklich nur produkte empfehlen die auch die nötigen qualitativen ansprüchen von uns gerecht werden und dazu gehört biologisch das heißt wir möchten keine lebensmittel keine nahrungsergänzungsmittel et cetera empfehlen die nicht biologisch angebaut sind wir hatten das in der vergangenheit diese einträge findest du vielleicht auch noch vereinzelt auf unserem blog allerdings ab 2017 mitte 2017 haben wir lebensmittel zumindest wenn wir produkte vorstellen die im lebensmittelbereich sind die biologisch sind und die unseren werten natürlich eben auch nahe stehen und diese werte sind einfach eine nachhaltige gerechte welt bzw nachhaltigkeit und gerechtigkeit für die menschheit unsere werte sind gesundheit authentizität und vor allem eine hohe ehrlichkeit also ein gesunder geist ein gesunder körper und eine gesunde seele das ist mir wichtig dass das auch immer in unseren artikeln und überall wo wir präsent sind rauskommt denn du kannst dich noch so gesund ernähren du kannst noch so tollen sport machen wenn nicht dein drei klang geist körper seele im einklang ist und deshalb kümmern wir uns auf unserer plattform auch immer darum dass dein geist und deine seele in der mitte sind denn nur dann bist du die beste version deiner selbst und genau das wünsche ich dir und mein ganzes team mit mir ich danke dir dass du dieses video bis zum ende angeschaut hast und jetzt wünsche ich dir ganz viel erfolg und ganz viel spaß mit unseren artikeln mit unseren autobeiträgen und wenn du es noch nicht bist werde mitglied in den vegan athletes lab dort findest du die besten der besten trainer und masterclasses für dein persönliches vegane ernährung fitness und mindset alles liebe wünscht dir dein christian